Das Heizungsverbot ab kommendem Januar ist beschlossen. Das wird massive Folgen für viele in Deutschland haben, egal ob Mieter oder Vermieter. Jetzt kommt aber auch die Situation dazu, dass man ab 60 Jahren in Deutschland nur noch erschwert durch eine EU-Richtlinie einen Kredit überhaupt bekommen kann. Wie sollen diese Menschen diese Mehrkosten bezahlen? Oder müssen sie tatsächlich bis zu 50.000 Euro Strafe bezahlen, wenn sie nicht auf eine Wärmepumpe umrüsten? Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Das freut mich und du bekommst das nächste Video direkt vorgeschlagen. Los geht's. Wir wissen alle um die Situation, dass ab dem nächsten Jahr Einbau von Ölheizung gänzlich verboten ist und Gasheizung nur noch sehr, sehr schwierig. Für mich stellt es ebenfalls ein klares Verbot dar. Und jetzt geht es natürlich an zu belegen und auch an zu rechnen, sollte man jetzt vielleicht noch eine Heizung installieren in diesem Jahr? Denn es haben manche auch in den Kommentaren geschrieben, jo, dann rüsten wir jetzt dieses Jahr nochmal schnell eine neue Gasheizung nach und nächstes Jahr lachen wir euch alle aus. Ich bezweifle, dass das funktionieren wird, meine Freunde. Denn bedenkt mal den Punkt, wenn jetzt mehr Gas für Strom benötigt wird, weil wir verstromen ja jetzt schon sehr, sehr viel vom Gas, um halt Energie zu haben. Und das wird natürlich in den nächsten Jahren nur noch steigen, wenn jetzt immer mehr Wärmepumpen ins System quasi reinkommen. Und dann wird ja logischerweise der Gaspreis natürlich ebenso wie auch der Strompreis steigen. Das ist nur die logische Konsequenz daraus. Also damit schützt man sich meiner Meinung nach nicht. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der nämlich ebenfalls noch dazu kommt, schnell noch eine Gasheizung einbauen. Diese CO2-Abgaben kommen auf sie zu. Und wir wissen das, wir haben ja bereits seit einigen Jahren in Deutschland die sogenannte CO2-Steuer. Und die wird ja sukzessive immer wieder regelmäßig alle paar Jahre erhöht. Und das wird auch in den nächsten Jahren weiterhin folgen. So dass man da natürlich immense Kosten und immense Mehrkosten mit einberechnen muss. Dann heißt es hier zum Beispiel, ohne umfassende Förderprogramme, Verbote oder Standards sind im Jahr 2030, haltet euch fest, Preise zwischen 200 und 300 Euro pro Tonne CO2 denkbar. Und je nachdem, was man dann für eine Gasheizung hat, die wird dann bemessen, die stößt dann halt so und so viel Kilo oder so und so viel Tonnen CO2 aus, dann musst du das auch noch schön blechen. Viel Spaß. Man muss es doch einfach klipp und klipp festhalten. Egal welche Heizungsform man nimmt, sie wird teurer. Und das muss man auch so klipp und klar jetzt an dieser Stelle mal benennen, damit das auch der Letzte wirklich nachvollziehen kann und versteht. Heizen wird teurer. Punkt. Ganz einfach. Da gibt es gar keine Diskussion. Es gibt keine Energiequelle, keine Heizungsmöglichkeit, die günstiger wird über die nächste Zeit. Oder habe ich irgendeine vergessen? Gibt es vielleicht noch irgendwie, weiß nicht. Interessant ist, dass der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sich dann auch äußert. SPD-Chef verspricht mega Hilfe fürs Heizen hier. Man soll aufgefangen werden. Da geht es dann immer um die sogenannten sozialen Härtefälle und ähnliches. Das heißt, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass der durchschnittliche Mittelstand in Deutschland da drunter fallen wird. Sei es, wenn man ein paar tausend Euro auf dem Konto gespart hat für schlechte Zeiten, weil das Auto kaputt geht, weil man mal einen Urlaub machen möchte oder ähnliches. Das muss erstmal alles aufgebraucht werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt, bevor man von diesem Staat hier etwas bekommt. Und was bedeutet das denn, wenn solche sozialen Härtefälle aufgefangen werden? Wo kommt denn das Geld her? Da macht doch nicht der Herr Klingbeil oder Herr Habeck sein eigenes Portemonnaie auf. Nein, das kommt von uns Nettosteuerzahlern. Die werden erstmal dazu genötigt, für sich selber eine Wärmepumpe zu kaufen, gegebenenfalls inklusive einer Haussanierung oder Wohnungssanierung. Und müssen zusätzlich auch noch für die Leute, die es finanziell angeblich in Klammern nicht bezahlen können, ebenfalls durch diese Förderungsmaßnahmen, sozialen Härten, die mal aufgefangen werden müssen, bezahlen. Du bist, wenn du in diesem Land hier erfolgreich bist und arbeitest und dir den Allerwertesten aufreist, immer der Dumme und es wird nur noch schlimmer. Aber wo wir bei der finanziellen Situation sind, ein schönes hat das Ganze. Grüne meckern doch sehr, sehr häufig auch über die Vermieter. Es trifft auch die Mieter. Ich möchte es nur noch mal der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben, dass natürlich die Situation jeden betreffen wird. Das heißt, die Vermieter werden die Kosten natürlich auch umlegen auf die Mieter. Und da können die Vermieter nichts für, weil sie es nicht bezahlen können, weil sie diese Kosten natürlich übertragen werden. Danke an die Grünen. Wir haben ja gerade schon über die Situation des Strompreises gesprochen. So, und klar, wenn jetzt hier 2023 ganz aktuell in der Zeit ist, heißt in den kältesten Ländern laufen die meisten Wärmepumpen. In Skandinavien sind Wärmepumpen weit verbreitet, neue Öl- und Gasheizungen längst verboten. Dabei ist es dort im Winter viel kälter. Okay, glaube ich, ich hätte auch gerne eine Wärmepumpe hier in dem Gebäude. Ja, natürlich. Aber unter welchen Bedingungen? Erstens das. Und zweitens, wie läuft das denn weiter mit den Stromkosten? Warum sind denn gerade in diesen skandinavischen Ländern so viele Wärmepumpen vertreten? Wegen der Preise für den Strom. Gucken wir uns das Ganze doch einfach mal an. Bei Statista sehen wir, es sind Strompreise privater Haushalte in ausgewählten Ländern. Und sehen wir jetzt hier zum Beispiel Deutschland. Bei sind Dollar Cent, 53 Dollar Cent, also irgendwas 45 Cent in Euro. Und wenn wir aber jetzt hier zum Beispiel einfach mal runterscrollen und gucken, dann sehen wir jetzt beispielsweise hier Finnland. Ach, Finnland, da kostet es aber nur die Hälfte, sogar noch deutlich weniger. 24 Dollar Cent. Oder wenn wir hier weiter gucken, sehen wir dann auch noch Norwegen beispielsweise. Nur mit 13 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Natürlich, da würde ich auch gerne eine Wärmepumpe haben. Ja klar, das ist ja verdammt günstig. Aber in Deutschland? Nee, garantiert nicht. Weiterhin kommen wir noch zum wichtigen Punkt, dass ja viele Leute das ohne Kredit nicht bezahlen können werden. Ist ja logisch. Gerade jemand, der jetzt hier beispielsweise 60 Jahre alt ist, der steht ja noch im Berufsleben, hat noch ein paar Jahre bis zur Rente vor sich und muss natürlich richtig reinklotzen. Also braucht man den Kredit. Was aber, wenn du den Kredit nicht bekommst? Jetzt sagt er, ja, ist doch 60, der arbeitet doch. Nee. Es gibt eine EU-Richtlinie. Und die wurde bereits 2016, ist der Artikel alt in der Rheinischen Post, damals schon so hart umgesetzt, dass es auch heute so gut wie nicht mehr möglich ist, ab 60 Jahre überhaupt einen Kredit zu bekommen. Kaum Immobilienkredite mehr für Ältere. Wer über 60 ist oder eine Familie gründen will, hat kaum Chancen auf Kredite. Denn Deutschland hat eine Richtlinie der EU so restriktiv umgesetzt, dass Banken kaum Spielraum haben. Heißt es nämlich hier, und dann nutzt es nichts, wenn du den Bankberater kennst, wenn du gut mit dem bist oder sonst was. Nein, hier heißt es nämlich, Menschen, die über 60 sind, erhalten aufgrund der Neuregelung von Banken keinen Kredit mehr. Erklärt der Immobilienverband IVD. Okay, und dementsprechend, das mag jetzt wieder ganz individuell sein. Der eine oder andere ist von mir aus auch 62, hat mit seinem Bankberater schon gesprochen und wird den bekommen. Aber glaubt mir, Leute, einige werden keinen Kredit bekommen. Und dann frage ich ganz klar in die Runde hier, wenn es zugleich dann ja auch noch heißt, man muss die Wärmepumpe nachrüsten. Wenn man es denn nicht macht unter den Bedingungen, bekommt man eine Strafe von bis zu 50.000 Euro. Und dann gibt es ja nur den Ablauf folgendermaßen. Du bekommst erst mal die Mahnung, jetzt müssen sie die Überheizung machen, haben eine Frist von drei Monaten, von sechs Monaten oder ähnliches. Dann machst du es wieder nicht, weil du es finanziell nicht kannst, weil du keinen Kredit bekommst. Und deine Eltern können dir auch nichts geben, wenn du schon 60 bist, sind die im schlimmsten Fall schon sechs feet under. Und dann hast du keine Alternative, als es nicht zu machen. Dann kannst du natürlich Bittsteller sein und soziale Härte versuchen, hier in Kauf zu nehmen. Ich bezweifle, dass es bei den meisten so funktionieren wird. So, und was passiert dann? Wirst du dann enteignet? Ich kann es mir mittlerweile wirklich sehr gut vorstellen, dass es dann abläuft. Ja gut, sie haben ein Wohneigentum. Das verkaufen wir dann. Dann rüsten wir nach. Aber dann wohnen sie jetzt beim Staat zur Miete. Ja, man muss wirklich die Kosten hier nochmal erwähnt haben. Mehr als 100.000 Euro. So viel kostet es, ihr Haus fit zu machen für eine Wärmepumpe. Und das muss man auf dem Schirm haben. Es heißt nicht, ich gehe jetzt hin, kaufe mir für 20.000, 30.000 Euro eine Wärmepumpe und dann ist das Thema durch. Alles ist gut. Nein. Du musst oftmals noch viel mehr in die Gebäudesanierung investieren. Ob das jetzt 100.000 sind oder vielleicht 70.000, vielleicht aber 300.000 Euro. Da gibt es in der Spanne wirklich alles mögliche, Leute. Das ist ganz individuell, kommt das Gebäude an. Ob du größere Heizkörper hast, ob es damit gegeben ist und funktioniert oder ob du auf eine Fußbodenheizung umrüsten musst. Sprich, wie soll das eigentlich funktionieren, frage ich mich gerade. Wo wohnt man in der Zeit, wenn die Heizkörper rausgerissen werden und eine Fußbodenheizung quasi nachgerüstet wird? Das kann ja nicht funktionieren. Da ist ja ein Estrich, der dann da draufkommt. Der muss ja dann mehrere Tage, vielleicht Wochen trocknen. Wie soll das funktionieren? Soll es dann im Hotel wohnen in der Zeit? Wer zahlt das denn alles? Aber das sind natürlich alles wieder Verschwörungstheorien. Besser könnte es nicht sein. Bei Capital.de lesen wir das. Zitat. Dämmen ist für eine Wärmepumpe nicht nötig. Och, ja, da kann man ja mal interessant reingucken und sich überlegen. Ja, was haben diese Leute sich denn dabei gedacht? Und wir finden dann nämlich hier ein bisschen weiter unter die folgende geile Aussage hier. Üblichen Erzählungen jedenfalls, wonach Hausbesitzern zunächst einmal eine Vollsanierung ihres Hauses drohen. Erstmal 100.000 Euro investieren müssten. Bevor sie eine Wärmepumpe einsetzen können, verbannen beide Experten ins Reich der Märchen. Jetzt kommt es, Zitat. Das ist hier die Martina Schmidt, die das sagt, von der Energieagentur Dena. Auf die Funktionsweise einer Wärmepumpe hat die Dämmung keinen Einfluss. Und weiterhin sagt sie dann noch, und da muss man sich wirklich nur an den Kopf fassen, nur auf die Betriebskosten. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Ja, es ist so irre, was hier abgeht. Ja, Freunde, an dieser Stelle herzlichen Dank, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Jetzt auf jeden Fall ein Abo da lassen. Ich bleibe bei dem Thema natürlich wie ein Terrier festgewissen weiterhin dran. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Schreibt eure Meinung jetzt gerne in die Kommentare rein. Dementsprechend haut rein. Bis zum nächsten. Daumen hoch, danke und ciao.